Die Nurkundung würde ich immer zusammen machen. Da kommen wir wieder hoch. Oh Junge, da unten knöscht irgendwas. Ja? Machen wir später zusammen. Baumfeld! Baumfeld Lamsack! schießt aber nur zu sagen dass wir das zusammen machen allein wegen items und so weiter er kann es auch wenn man da nämlich einer darunter rennt was gefunden hat und das den anderen zeigen will und wir finden das nicht mehr wäre dann doof weil die höhlen die sind hier schon komplex man muss aber immer nur links gehen so dass man schon gemerkt weiß wie viele sticks man aufnehmen kann außerdem sagt ihr könnt ihr auch in die welt ihr könnt auch sticks in den wagen tut ich glaube ich weiß aber nicht aber man kann aber sonst ein vorrat behälter das brauchen wir endlich wirklich nachher ja also wir brauchen zumindest wir brauchen trotzdem sticks für die volksmeld dabei für die soll dass wir da hinten haben aber wir müssen ja auf dem ding auch holzlager machen da ja nichts mehr mitnehmen die ihr seht das geil ist wir müssen ja nicht nur hier holz fällen sondern können auch überall woanders der wichtigste behälter später der für die knochen unser tot also erledigt die feinde ich brauche nur noch drei sticks meine zeit werde ein bisschen immer schön zähne auf eure waffen tun nicht vergessen ja aber ja später mach ich auch später ich will mich erst mal um die base kümmern ja Baum fällt noch nicht ich dachte fällt Baum fällt so sehr gut so welche farben haben eure dinge blau gelb gelb so man ist grün super Dorfbewohner ja ja man sieht schon warum jetzt äh 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 ja hier war gerade ein eingeborener der gerade uns vorbeigelaufen ist ja das dürfte meiner gewesen sein äh war Marius freund warum ist jetzt meiner wieder blau äh gelb äh ich hab doch blau das ist nur wenn du fährst ne der ist blau meiner ist gelb ach ne wenn ich den fahr ist der gelb ach so verstehe einer diesen diesen Sinn ich mach hier mal in blau wenn ich fahr ist dann plötzlich wieder gelb blau und dann wenn ich raus gehe wieder blau das ist äh cool ich wollte gerade sagen wir haben wieder eingeborene bei uns aber das hört ihr äh bleibst du uns etwa ah nein da kommt einer kommt einer zu euch ja ich boxe die Typen komm her ja komm hä ja 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 komm renn weg renn zu dir Mario was ist das für ne Pussy alter warum rennt der denn weg von mir warte er hat mehrere Freunde nicht nur dich ich dachte unser Voyager wäre was wert gewesen oder er holt den Spielkameraden das kann auch sein ja der hat sich doch drauf also ey Leute am Start hab ich ein paar Leute gefunden ich hatte sogar noch mal ein paar Vögel für Fleisch Fleisch ich töte Lizardfleisch äh für Lizard ähm oh ich siehs mal ein Typ aber sonst wie viel Holz fehlt denn jetzt für uns das Boot noch äh es fehlen 13 Stück war cool ihr könnt ja schon mal auch Sticks holen weil die nächste Ladung dann ist das Ding fertig und die hab ich gleich zusammen Sticks holt? ok ja ja ich muss sogar bis zu essen braten ey willst du verdorbenen Karnickel haben ne? ne danke verdorbenes Karnickel ey das ist das ist der Trend in Japan das ist bei dir auch so dass dies äh der Fitch ist ja wir hab doch da so einen flammenden Typ mir gemacht ne? der ist bei mir einfach weg bei mir hängt er auch noch so rum ne? bei dir auch? ja das ist einfach der Stab ja bei mir auch bei mir auch Wolltest du nicht ansprechen? ich dachte das wäre bekannt ach ja ich hab alles für der Knochen äh ok ja oh ein Vogel oh ich hab keinen Stick äh boah Sticks der Stick of Truth Mann vielleicht der ganze Zeit bescheiden auf dich aber die Jungs einfach nicht Hallo Mario könnt ihr den Baum schon noch mitnehmen der der da liegt ja ich geh Sticks Jahr ne auch ja ich geh auf Schicks eh Sticks Jahr na Schicks Jahr oh 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 ihr könnt doch diese kleinen Baum mit Tür kaputt machen da kommen auch Sticks raus ne? jaja wissen wir also weiß ich also weiß ich hab warum so? die Tür den kleinen Baum wenn wir sowieso nicht voll das hier ist nachwäxer wir sowieso nicht brauchen wir können wir alles abholzen wir brauchen nur einen einbauen später noch weil ich wollte nämlich von der plattform noch mal extra eine kleinere plattform aufs wasser setzen und von da aus dann aus festland ich bin voll mit sticks okay ich ein boot oder ein Bote bettet ein Weg zum Festland ein Weg aber von der extra Plattform aus um er auch so was ich von dem Baum aus auf dem Turm von dem Turm aus kann man dann noch mal extra zu uns gehen und es wäre so dass du wiederholer können zwei Baumstämme bringt man lag hier nicht nach einer irgendwo an der Stelle wo ich vorne gefällt hier sind schon wieder Koffer durch die Gegend gefallen ja hier ist ein ich habe einen Stamm kriegst du noch einen anderen Baumstamm mit? liegt da noch einer? ne hab ich nicht gesehen ja dann fäll ich jetzt ein ich bringe Sticks mit ok? ja Sticks haben wir auch fehlen aber 1 von Sticks und ich hab alle 10 wir brauchen sowieso Sticks komm jetzt kommen 10 Sticks wir brauchen noch 11 Sticks brauchen wir ich hab 10 hab ich ok mal du brauchst jetzt auch noch einen aber brauchen wir brauchen wir gar nicht trotzdem noch mehr Sticks wieder ja für die Dinger ne für die Lock sooo Baum fällt ich hab gar keinen Stick ich leg dir mal grad einen Kanickel das Essen kann also hier oben im Lager liegen nochmal zwei Baumstämme für später ok jetzt brauchen wir nur noch Sticks und zwar ganz ganz viele Sticks super super ah und Federn ne Menge Federn und Knochen ne Menge Knochen ich hab ich hab viele Federn ja 45 wie viele Sticks fehlen uns denn hier noch 1 Sticks fehlt hier noch ja ne wir brauchen trotzdem noch viel mehr wegen die ganze Zeit ja aber erstmal fehlt nur einer ja ich kann mal jetzt zurück oh ich hab Besuch von mir irgendwo hallo Freunde was soll man vorstellen? nö ist nur ein Pisterjagd schon wie dieser Schwuchtel die ganze Zeit wegrennt Jürgen was ist denn das für Schwuchtel? ja ich hab hier wieder einen ja komm jetzt ran oder? aber Marschlebank die sind nur ein bisschen schichtern schichtern? ich komm ran, Junge du dummes Schwuchtel alter hey das ist ne Aufnahme schichtern Junge Chris der kommt zu dir hier los Chris hier wo krieg ich ein letztes dicker? dein Kopf häng ich in meinem Zimmer auf ja gib mir den Kopf los gib mir den Kopf ja du willst den Kopf aber er versteht hey du willst seinen Kopf aber die Schwuchtel versteht was anderes okay Chris ja du hast erst ne dumme Schwuchtel und er versteht das anders ja und er ist ne schichtere Schwuchtel unser Boot ist fertig hey ernsthaft? ja ja die ganze Zeit hab ich gefragt ob irgendeiner einen Stick hat das kann ich nicht einsauen Junge wir brauchen eh mehr Sticks jetzt bin ich komplett durch den Wald gehabt um scheiß Sticks zu finden habe einen gefunden komme mit Baumschirm auch wieder zurück und was ist hier ist alles fertig ja ich bau jetzt hier ein paar Lockhole dahin ja ja ich auch wir bauen viel mehr Sticks also beschwer dich nicht wir müssen ja allerdings noch so bauen dass wir uns später noch bewegen können ne ja 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 ich bin auf der Jagd nach Sticks so von der Seite kommen wir da gut ran oh bei Beeren naja ich hab jetzt einen Beerenbeutel der kann auch Beeren aufsammeln später das wäre aber ganz logisch wenn das da durchgeht schade du kannst dich hier oben nicht drauf setzen hm das reicht aber erstmal an Lockholdern aber ich meine ehrlich dass man die Sticks hier reinlegen kann ne das sind äh Körbe also nicht unbedingt Körbe aber so ähnlich Körbe heißen die? ne das ist auch auf der Seite wo die Sticks sind die heißen warte Stickholder Junge auch von dem Anführer der der geile Kette die mich haben also machst du auch noch Unterschiede zwischen äh geschlechtert äh und ne nicht geschlechtert ja auch du kämpf wie kämpf wie nen Mann da und dann mal was ist es so uns fehlen jetzt äh 125 Sticks ernsthaft ja haha wuuu uuuu deswegen hab ich dir gesagt man sollte sich irgendwie so nen Korb machen alter ich hab das gefunden du meinst so nen Köcher zum mitnehmen ja ich weiß halt nicht ich versuche den ja gerade wo kann man das machen ähm ich muss mal gucken ach so jetzt nein oh ich Idiot ja da hast du recht wo gibt's wo gab's mal das Ding zum verschieben ich geh jetzt auch mal durch oh ich bin so gut ich find das eigentlich das System bisschen blöd dass man hier nicht also klein um die man grad äh sich angezogen hat dass man hier wieder ausziehen kann das ist eigentlich voll blöd dass die System es war irgendwo ganz vorne mit dem hä wo gab's mal die wo gab's mal die die Wägen Leute wo gab's mal die Wägen zum Holzleitung ich weiß es nicht bin ich nicht doof keine Ahnung ach Gott sei Dank ähm ich glaub du brauchst dafür über Hasenfell nein Chris hat Hasenfell für was braucht man Hasenfell für was braucht man Hasenfell diesen Stickpack wie macht man sich den ja 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 ich hab ja schon mal ein Water Skin oh oh also du brauchst schon mal dreimal Kleidung und ähm ein Seil ja das geht leider nicht ich guck grad mal ich guck grad mal Tasche für Stöcke Stoff drei Seil und dreimal Kaninchenhaut ja Kaninchenhaut das ist das Problem drei Seile hab ich hab ein Seil äh Christian wie weit bist du weg? ich bin mal lieber weg ich hab grad schlafende Eingeborene gesehen ich bin weg weißt du 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 hast dich du bist voll gestörte du kannst du nämlich vielleicht mal wieder zurückkommen dann können wir nämlich jetzt noch pennen es ist ja noch Tag hm also hier ist schon sehr dunkel es scheint noch die Sonne es ist Tag und kann ich nicht mehr wo ich demnächst nochmal jagen gehen ähm vielleicht noch die Jagd nachgehen vielleicht bin ich auf dem Rückweg noch ein bisschen äh wie viele Sticks äh zwei Pfeile vielleicht bin ich auf dem Weg zurück noch ein paar äh Hasen ich bin grad am Sticks sammeln oh du kannst noch schnaufen und warte gehts so jetzt würd ich so noch sagen jetzt hörst du noch wirklich Nacht ja vielleicht läuft mir mit dem Boot mal rüber fahrt nach der andere Seite und da Sticks sammeln was hältst du dir davon kann man auch machen kann ich mal zurückgelaufen ob das funktioniert ist ja nicht gar nichts äh Massemo kommst du mal pennen bin auf dem Weg ja pack hier noch ein paar Sticks drauf dauert noch ein bisschen pennen ich auch noch was ich habe noch Sticks aber ich sehe sie links da kommt dann meine Ausdauer ist am Arsch oh fuck rein und rett weg Knochen nein essen ich brauche essen nein ich bin tot ich bin gleich gehört könnt ihr gleich ja mach ich doch oder liegt jetzt essen Mario hinter dir Mario hinter dir Mario du kannst was essen also es ist äh liegt gleich also muss gleich warten bis es fertig ist aber ja wir werden aber auch nichts aufgezeichnet Achtung oh fuck ich Idiot na mein Pfeil weil du halt ein bisschen helfen dir hat dir recht Bock ja wenn du du läufst immer den Weg ich will eigentlich die einen kleinen Pfeil schlitz 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 du musst ja auch immer im Weg stehen weißt du du beschwerst dich obwohl du die ganze Zeit im Weg stehst ich würde sagen nein du schmeißt die nicht unbedingt alle rauf lass die mal ein bisschen liegen für essen gleich nein der war es auch gut dann zu essen ja warte warte doch mal wenn wir schon hier sind ich habe gerade gemerkt eins ist und wir sollten vielleicht vorne auch hin ich habe gerade gemerkt eins ist der Hotkey für einen schönen blöden ähm ich bin der Coke Wenn du eins drückst, trinkst du nur Coke, habe ich gerade gemerkt. Okay. Warte, fahr doch noch nicht. Lass uns ja erstmal noch kippen. Ja, ich bin ja dabei. Ich bin doch der Captain. Ich will uns doch nur an Land schieben, als ich den Wagen hier drauf fahren kann. Ich glaube nicht, dass das geht. Fahren die vor allem nicht zu weit aufs Land, ne? Ja, ich bin ja dabei. Ich bin ja dabei. Ich bin ja dabei. Ich bin ja dabei.